Wir freuen uns schon auf die Opern-Redoute 2013. Am 26. Jänner werden auch wir wieder auftanzen. Ein Highlight in diesem Jahr war sicher auch das Grazer Stadtfest, präsentiert von der Kronenzeitung. Wir waren für Sie mit dabei. Ein weiteres Highlight liefern wir Ihnen. Man kann jetzt auch ganz bequem von zu Hause aus shoppen. DUC und Steiermark 1 machen's möglich. Und können Sie sich eigentlich noch an Ihre Vorsätze im Jahr 2012 erinnern? Wenn ja, welche haben Sie auch wirklich umgesetzt?